So, und ich hör natürlich nicht auf mit I Wanna Be The Guy, ich mach natürlich, äh, I Wanna Be The Guy, oh mein Gott, ich mach Sonic Heroes weiter. Ich wollte das eigentlich viel modischer bringen, ich wollte erst hier wieder anfangen, aber was soll's, Final Fortress, zerstöre den Kern des Flagships. Jetzt geht's nämlich in die Final Stage, vor dem Final Boss. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Ich hab's tatsächlich geschafft, mich zu bewegen und damit das erste Rail zu verfehlen. Ey, ich bin so ein schlauer Mensch. Okay, ähm, yes, yes. Oh, ich bin so, ich bin so ein schlauer Mensch. Okay, ähm, ich kann hier lang, oh, dann gibt's das. Wow, und gimme ich. Yeah, ein extra Leben. I leave it to you. So, nein, fail, nicht sterb. You're kidding me. Oh, stop and annoy me. Nein, so, ich hab's Sonic. Okay, okay. Oh mein Gott. How get B1, das ist so annoying. Ich sehe nichts, man. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe ihn. Okay, der nimmt so keinen Schaden. Merke ich mir. Merke ich mir. Okay, jetzt aber. Ja, na toll, na kurz. Häng da fest. Toller und braver, Junge. Wieso nimmt der keinen Schaden? Das Schiss. Wieso nimmt der... Hallo? Der nimmt ja gar keinen Schaden. Dieser Pisser. Okay, jetzt aber. Oh, nu. Geht doch. Mann. Kleiner. Ich sag zu dem Kleiner, obwohl er zwei Köpfe größer ist als ich. Natürlich ist er zwei Köpfe größer als ich. Warum nicht? No. I do want it. Naja, spätestens kriege ich die ganzen Emeralds bei der Rose Story, die als nächstes... Ja, ich hab... Ich hab mich endlich entschlossen, ich mach alle Storys. Ich hab mich jetzt entschlossen, wenn ich ein Let's Play mache, dann mach ich's richtig. Dann mach ich's auch komplett. Und jetzt gibt's nämlich alle Storys. Alle vier. Alle vier Storys ohne Gnade. Okay, ja. Jump. Now. Ich bin schon lange auf dem Boden, Nuttles. Na? Ich wusste, dass du das wolltest. Ja. Das wusste ich. Kabauzer. Okay. Hier geht's weiter. Oh, bruh. Ich schlag hoch. Ja. Während ich so bin. Ja. Ich hab noch einen Schlüssel. Ähm, Sonic. So, jetzt wird's nämlich lustig. Jetzt kommt... Eigentlich mein meistgefürchtetster Part ins Spiel. Because I said so. Was mach ich denn? Boah. Ja, das meine ich. Diese Laserkanonen. Die sind... Oh, mein Gott. Nein. Das fand ich auch sehr sozial. Ich konnte auch gerade voll meinen... Diesen Tornado einsetzen. Ja, nun komm. Junge. Hallo. Mach. Mach. Viel Zug. Nun mach. Na geht doch. Danke. Schön. Oh, jetzt komm, ey. Mann, Junge. Oh, du kleiner annoying bastard. So, jetzt halt's Maul und verrecke. Mann, ey. Ihr seid ja schlimmer als diese Freaks immer sagen. Öl, ich find das scheiße ohne Grund. Ihr seht so, die Leute sagen einfach nur, ich fülle die Scheiße. Hab kein Grund, ich brauch kein Grund, ich hab kein Penis. Mein Ernsthaft, ey. Ich rede mich jetzt nicht schon wieder darüber auf. Ich hab mich schon im letzten Video darüber aufgeregt. So. Aber gut. Alter, wenn ich jetzt wieder gestorben wegen irgend so'n blöden... Äh, was ist denn? Oh, nö, jetzt hab ich echt die Nase voll. So. Nicht so verschwindet. Okay, die Kanone ist nicht verschwunden. Das hätte ich mir jetzt aber sehr gewünscht. Okay. Da einer. Da einer. Und jetzt Ringe für alle! Ringe für alle! Dinger. So. Oh ja. Vor euch hab ich ja keine Angst mehr. Seitdem ich schlauer geworden bin. Das störe alles, was mir den Weg kommt. Richtig. Richtige Einstellung, ja. Deswegen mag ich nach euch. Okay. Oh, what? Oh, ich... Ich dachte, ich sterb jetzt. Ich dachte, ich muss jetzt sterben. Nein. Nein. Gott. Und... Los! Los, let's just! Aufwärts, 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 aufwärts. Mach's jetzt noch physikalisch gar keinen Sinn. Ach, egal. So. Ich hab keinen Plan, was das bringen soll. Ich mach's jetzt einfach mal. Because I can. Ah. Okay. Ich hab mir einen Ballon gebracht. Toll. Ach ja, hier gibt's keine Lasers. Find ich gut. Hehe. Mach's mal, ich hab das Gefühl, wo will ich... Ack jetzt hin! Oh. Äh. Ach ja, da, genau. Ja, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey. Du machst das gut. Och, nee. Komm jetzt. Ja, los. You fail knuckles, you fail, you fail, you fail more, lass mich doch in Ruhe, ach man, wo willst du eigentlich hin? Junge, wo? Junge, knuckles, wenn ich schlage, wo willst du eigentlich hin? Halt's, wow, immer deine Stampe, das ist da. Ringe, fünf Ränge, toll. Ja, verarscht. Gib mir doch mal ein nettes, süßes Level-Up für Knuckles. Die anderen beiden sind voll. Okay, ist das dann schon? Ja, fünf Ringe, toll. Tails ist Vorheul, Sonic genauso, Knuckles ist hier derjenige, der diskriminiert wird. So, Team Blast. Jetzt hab ich das Gefühl, ihr verarscht mich. Ja, toll. Ach, wisst ihr, was leckt mich, ey. Da hab ich jetzt sowas noch an. Keine Liste, ey. So, und Kabari, boom. Rot, rot. Ihr verarscht mich, drei Gelbe? Mal ernsthaft, wieso drei Gelbe? Ich hätte Knuckles von 0 auf 100 bringen können, aber nein. Ah, Gott, blätt mich doch, ey. Ich hoffe mal, die Stage ist jetzt gleich schon vorbei, weil dann wär das wieder ein super netter und superschöner Abschluss. Es geht schon wieder los. Faramalazor! Ja, toll. Egal, ich bleib hier schön in der Mitte und ihr könnt mich mal schön am Lutscher lutschern. Und hier fahle ich immer. Because I can't change right. Aber diesmal schon. Oh, fick dich! Geschafft! Ey. Nee, wie awesome. What? Was ist das? Wir sehen uns im nächsten Video. See ya, Leute!